Eine neue Woche beginnt. Heute verlängert Nada sein Fat-Track. Das ist die Nagelschnur, das ist das Knie. Ach so. Das ist der Kopf. Ja. Oh, Maschallah. Großer Kopf, wie dein Kopf. Eine Nase. Wow. Also du musst vorstellen, das ist Muttermund und da ist das Kind. Und sie meinte zu mir, so einen schönen Muttermund habe ich noch nie gesehen. Deswegen habe ich dich doch geheiratet. Wegen deinem Muttermund. Ja was? Ist es ein Mädchen oder ein Junge? Sieht aus wie ein Junge, sehr ehrlich. Sieht aus wie ein Junge. Ich könnte mir aber auch vorstellen, es ist eine kleine Prinzessin. Was sagst du? Ich sag's für dein Junge. Ich glaube, es ist ein Mädchen. Ich werde mir heute ein Fahrrad kaufen. Ich habe die Schnauze voll. Ich will ein richtig sportliches Fahrrad. Wo mein Teasy richtig knackig ist. Nein Spaß. Ich will wirklich ein Fahrrad. Jetzt wird es wärmer und so. Ich sitze zu viel im Auto. Dann sitze ich wieder beim Videoschneiden. Das ist einfach viel zu viel. Too much, too much. Also, bist du bereit? Ich bin bereit. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Team Arbeit. Bye. Bye bye. Hallo ist Baba. Hier ist Barber Nada will genau dieses Fahrrad haben Bist du krank? Ich will was anderes Ich zeig dir genau was ich will Ich will was Sportliches mit diesem Lenker Was weißt du für ein Lenker? Diese Lenker Wir stören den Namen Denn mein Mann kriegt jetzt ein Sport am G-Fahrrad Wie nennen wir das Fahrrad? Kubi Kubi Jindawi Ich fahre nach Hause Du steigst in ein Taxi oder in ein Uber Und dann sehen wir uns zu Hause Schließen das Fahrrad an Und dann machen wir mit dem Tag weiter, ok? Gibst du mir den Schlüssel? Denkst du du willst vorher da sein als ich? Ich geb dir den Schlüssel aber ich bin schneller als du Weil das ist Kubi Jindawi Das ist meine Rennstrecke Ja Fahr Fahr ich komme euch gleich alle überholen Ich werde euch alle überholen Ja genau dich werde ich überholen Hast du Angst gehabt? Ich habe doch gesehen dass du Angst hast Die haben alle Angst vor mir Ja wir sehen uns Wir sehen uns Die haben alle Berliner und an alle die nach Berlin kommen wollen Wir haben eine romantische Straße entdeckt Wir haben eine romantische Straße entdeckt Lack du bist voll süß Du musst hier süß sein zu jedem Lack du bist voll süß Du musst hier süß sein zu jedem Lack du bist voll süß Ja ich habe mich so oft darauf gesetzt Ich hoffe es habe auch gesehen Ärgern ist wenn du nicht lachst Ich bring dich zum Lachen Lachen macht Glückshormone Glückshormone gehen auf Kind Kind wird glücklich Bombo Bombo Was? Siehst du? Weil ich dich so hässlich angucke Lachst du jetzt lacht das Kind auch Ok Mila? Was? It's time It's we are time It's Mila time Ayua Komm mal ein bisschen ans Telefon ran Bin ich doch Du bist so weit weg Bist du scheißen oder was? Ja Achso ok Ich bin gleich bei dir Ayua Mila? Nase Mila? Nase Mila? Nase Nase Was sagst du zur aktuellen Wetterlage? 300% 300% Ok Hab keinen Bock auf Quarantäne Ne 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 Doch Fußball gibts nicht mehr Corona oh na na Das ist für dich? Das ist für mich? Wie heißt das? Cookie Cook Cookie Cook Das ist Cookie Cook Ich wollte das schon immer haben Dann haben wir uns Beyblades gekauft Lass es so machen Wenn du gute Laune hast Drehst du ihn auf gute Laune Wenn du Schächte Laune hast Drehst du ihn auf Schächte Laune Ich hab grad gute Laune Wuhuuu Mila hat Slime gekauft Dann haben wir Wasserballons Wir müssen schnell los Wir müssen Steak holen Verstehst du warum ich jetzt ein Fahrrad gekauft habe? Verstehst du jetzt warum ich ein Fahrrad gekauft habe? Wollen wir einen Beyblade Kampf machen? Ok Leute jetzt gibt es ein Duell Hol die Beyblades Mila Bist du bereit? Zwei Ehhh Ey Ich wollte nur einkaufen gehen Ich kam mir vor wie bei Schlägerei Vorsicht 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 Fendet ihr den 2.1 Euro Fendet ihr den 2.1 Euro Ey Wir sind mittlerweile wieder zu Hause Luisa hat ein bisschen was zu essen Ich weiß du brauchst Zitronen Hol ich dir gleich Aber ich hab hier grad was wichtiges zu tun Das sind 30 Punkte Das sind 30 Punkte Renn, renn, renn Renn Oh Oh Mein Kopf man Mein Kopf Oh hast du nicht auf mich gewartet? Hab ich doch Ein neuer Tag beginnt Heute ist Testspiel Ich hab euch lange nicht mehr zum Spiel mitgenommen Also let's go Hallo? 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 Jetzt Die Weisbar Wenn wir nicht gestorben sind Dann leben wir noch heute Seid eingeschlafen Bis zum nächsten Mal Tschüss